Hallo und willkommen bei IDEA TV. Anlässlich zum weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen am 13. November hat der bayerische Innenminister Joachim Herrmann bei einer Kundgebung für Religionsfreiheit in Nürnberg dazu aufgerufen, verfolgte Christen in aller Welt zu unterstützen und für sie zu beten. Herrmann machte die Teilnehmer der Veranstaltung auf die Situation von rund 360 Millionen Menschen aufmerksam, die wegen ihres christlichen Glaubens benachteiligt, ausgegrenzt oder massiv verfolgt werden. Der Minister ermutigte dazu, auch in Deutschland für Religionsfreiheit einzutreten. Man dürfe der Intoleranz keinen Millimeter Platz geben, sagte er. Im Deutschen Bundestag hat es heftige Kritik gegen die evangelische Kirche in Deutschland gegeben. Der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag Alexander Dobrindt kritisiert ihre Unterstützung für die linksradikale Klimaprotestgruppe Letzte Generation. Die Protestgruppe versucht derzeit mit Straßenblockaden und Attacken gegen berühmte Gemälde stärkere Maßnahmen für den Klimaschutz zu erzwingen. Bei seiner Kritik bezog sich Dobrindt auf eine Aussage der Präses der EKD-Synode Anna-Nicole Heinrich. Sie habe gegenüber Journalisten erklärt, dass Straßenblockaden ein legitimes Mittel des zivilen Widerstandes seien und sie sich deshalb mit den Klimaaktivisten solidarisiere. Was ist der Wille Gottes und wie erkennt man ihn? Antworten auf diese Fragen hat Pastor Tobias Ring vom Tagungs- und Seelsorgezentrum Julius-Schniewind-Haus in Schönebeck. Beim diesjährigen sächsischen Gemeinde Bibeltag in Glauchau bei Zwickau erklärte er, wie er den Willen Gottes von seinem eigenen Willen unterscheidet. Meistens ist für mich ein Echtheitszeichen, dass wenn ich Gottes Reden höre und er etwas ganz anderes, etwas Neues will und ich sofort angerührt bin und merke, hier habe ich es mit dem lebendigen Gott zu tun. Da findet diese Unterscheidung statt zwischen meinen Sehnsüchten und Wünschen und dem, was er will. Am besten, so Ring, erkenne man Gottes Willen, wenn man sein Wort in der Bibel liest. Man könne ihn auch nach einem Streit erkennen, wenn man sich im Recht fühlt, aber den Drang hat, sich zu entschuldigen. Darum sei er überzeugt, dass dieses Gefühl nicht von einem selbst, sondern von Gott komme und dass man es keinesfalls ignorieren sollte. Soweit die IDEA TV Nachrichten. Ihnen alles Liebe, tschüss und bis bald.